Warum derzeit die Inzidenzen bei Kinder und Jugendlichen durch die Decke gehen, erklärt unter anderem dieser Schulbus in Solingen. Schülerinnen und Schüler drängen sich dicht an dicht, zwar mit Maske, dennoch fährt die Angst, sich hier anzustecken, täglich mit. Es ist sehr unangenehm, mit den ganzen Menschen auf einem Fleck zu sein. Und der Bus ist manchmal so voll, dass man gar nicht erst reingeht, weil man da überhaupt keinen Platz hat. Da ist sie schon froh, wieder in der Schule zu sein, obwohl hier fast täglich getestet wird und der Unterricht auch aufgrund noch immer fehlender Luftfilter mit Winterjacke und offenem Fenster weniger Spaß macht. Auch nicht spaßig ist die Inzidenz bei Kindern bis 14 Jahren in Berlin. Mit fast 2000 liegt sie deutlich über den Bundesdurchschnitt. Da kommen Kita-Kinder zwischen 0 und 4 Jahren auf 482. 1112 ist die Inzidenz bei den Schulkindern zwischen 5 und 14 Jahren. Danach flacht die Kurve ab. Je älter, desto höher die Impfquote, desto niedriger die Inzidenzen. Noch sei das so, aber der Lehrerverband fürchtet bald auch eine höhere Infektionsrate bei Lehrkräften. Wenn mehr als 20 Prozent eines Lehrerkollegiums ausfällt, kann auch der Unterricht nicht mehr aufrechterhalten werden, zumindest nicht mehr vollständig. Auch wenn genau deshalb der Städte- und Gemeindetag nach Notfallplänen für Kita und Schulen ruft, kommen aus der Hochinzidenz-Hauptstadt Berlin gute Nachrichten. Denn nur 0,5 Prozent aller Schnelltests in Schulen und Kindergärten sind positiv. Und in einer solchen Situation halten wir es für weiter auch vertretbar, dass Schule stattfindet. Für Schülerinnen und Schüler erst einmal eine gute Nachricht, auch wenn natürlich das mulmige Gefühl sich anzustecken bleibt. Schnelltests in Schulen, Schulen und Kindergärten Untertitelung des ZDF, 2020